Ladies and Gentlemen, willkommen zu Predator Hunting Grounds, das Spiel, was ich hier angetestet habe, was aus einem Team von Freitag der 13. Entwicklern entstanden ist. Worum geht es hier? Es ist ein 4 vs. 1 Game. Der Predator ist der Killer und die vier anderen Spieler sind die Jäger. Wie kann der Predator gewinnen? Ganz einfach, er muss die vier Leute töten. Wie können die Jäger gewinnen? Auf drei verschiedene Arten und Weisen. Entweder, wenn die Zeit abgelaufen ist, eine Runde geht maximal 15 Minuten. Wenn die Leute geschafft haben, den Predator zu töten, dann haben sie auch die Runde gewonnen. Beziehungsweise schaffen die es, den Predator zu töten. Liegt er auf dem Boden, dann müssen sie die Leiche noch beschützen, circa eine Minute, während eine Welle von NPCs kommt. Und wenn sie geschafft haben, diese Zeit zu überstehen, um die Leiche zu bergen, dann haben sie gewonnen. Oder wenn sie geschafft haben, anhand von kleineren Missionen, die sie absolvieren, während sie auf der Map rumlaufen. Am Ende kommt ein Helikopter, mit dem können sie fliehen. Damit haben sie dann auch gewonnen. Also sprich, die Jäger haben drei verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen und der Predator nur eine brutale Art und Weise töte die vier Leute. Im Hintergrund ist von mir ein erspieltes Predator Gameplay. Zwei Stück sind in diesem Video enthalten. Und es kommen auch die andere Seite, die Jägerseite, kommt auch im nächsten Video zu sehen. Damit ihr auch wisst, wie diese so in etwa funktioniert. Ich habe hier in dem Video meine Stimme reduziert und ich wollte die Stimme meiner Mitspieler hervorheben, damit man einfach deren Reaktionen hört, wenn ich auf die springe. Wenn ich sie irgendwie überrasche mit meinen Angriffen und so weiter. Was ich das viel interessanter und irgendwie auch witziger finde. Also dann, viel Spaß beim Rest des Gameplays und wenn ihr Fragen habt noch zum Game, egal was, postet es unten in die Kommentar-Bereich-Sektion und ich gehe sehr gerne darauf ein. Dann, viel Spaß. Ich wusste es. Meine Güte, ich komme nicht mal zum Schliebsten hier. Springe weg, springe weg, springe weg. Maximale Panzerung. Hallo, wieso schiefst du dich? Ich drücke doch gar nicht auf die Tüfte. Hallo. Das ist gehackelt. Hä? Was war das gerade? Ach, komm, komm. Oh, das ist NPC. Allauf. Scheiße. Ah, wie gesichtet. Er ist dahinter. Nein, nein. Am Baum. Nein, nein, ich bin weg. Tschüss. Da oben. Nein, nein. Springt höher. Springt höher und weiter. Versuch ihn mit der zu markieren. Nein, nein, nein. Ja, kann ich. Nur das geht. Ich bin schon lange weg. Bin ich beim Reichweite. Halte dich doch. Ach, das war ein NPC, den ich da angegriffen habe. Verdammte. Mach doch nix. Da wäre eine Waffenkiste. Doch, doch. Wo ich stehe. Ist nicht gut. Wo stehst du denn? Hier drin. Dein Ding wäre eine Waffenkiste. Komm, komm. Beeil dich. Vielleicht fäng ich auch noch an. Ich heil mich gar nicht. Ich bin eigentlich schon dabei. Ich bin nur ein bisschen... Ja, wir sind doch gar nicht mehr hier. Wir sind schon nächstem... Nächstem linken Ort, genau. Zum nächsten Ort, Entschuldigung. Natürlich. Ist ja schon beim Helikopter. Ja. Achtung. Dieser ist draußen. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Sicher nicht. Da. Ach so. Ich habe nicht Bock mehr. Ich schane mich. Ja. Was dagegen? Wer lebt denn noch hier? Das sage ich nicht zu laut, weil... Hier, am Auto. Komm. Oh Gott. Boah, wieso schießt sie nicht? Mann. Aber das meine ich jetzt. Ich war nicht verletzt. Du hast mich zweimal getroffen und schon bin ich tot. Ja. Kann man davon wollen, dass trifft sie wahrscheinlich. Wo ist sie das wirklich steuern? Was steuern? Was genau? Also wenn ihr zum Beispiel Richtung Hals triffst. Das ist ja dann logisch Halsschlagader und so weiter. Ach so. Man muss schneller tot sein. Ich glaube, ich mache mit jedem Schlag... Er macht gleich viel Schaden. Außer der Zweite. Der lädt sich so ein bisschen auf beim Schlagen. Vielleicht macht der mehr Schaden. Dass verschiedene Hebel mehr Damage machen. Das könnte sein. Hä? War das nicht gerade rechts unten? Wo bist du hingelaufen? Du willst hier Leute beleben. Ich verstehe schon. Ja, ja. Würde ich nie tun. Alter, wie weit? Jo. Oh, jetzt zieht der das. Ja. Diese Zeit stehen da. Ja, steht da oben. Das ist so zicke. Das ist so zicke. Das ist so zicke. Das ist so zicke. Und dann musst du da einfach nur noch mal draufdrücken vielleicht. Ja, sie warten. Genau richtig. Das ist genau. Ich glaube zwei oder drei Minuten. Nee, 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 nee. Nee, nee, kommts, 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 kommts. Kommts. Wir sehen sie alleine nicht. Das habt ihr mir gesagt, so soll ich das tun. Ja, 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 ist gut, passt. Seht ihr, was ich hier da toppe? Oh, jetzt wollte ich gerade. Achtung. Oh. Ja. Oh. Ja. Wie viel? Uff. Ich lass mich ja anstecken. Ich baller und seh gar nichts. Ich walkiere immer überaus. Tut mir leid. Das ist echt super. Aber ich denke, wir sollten jetzt in Bewegung bleiben. Nicht so lange hier sitzen. Ja, sonst schafft wir einigen Einsatz. Nein, der weiß ja sonst eh wo wir sind. Na los. Er hat sich geheirrt. Nein, nein. Doch, wir hören das. Habe ich nichts. Einer driftet ab. Würde ich die mal zahlen. Ja, ihr müsst nicht da machen. Hinter euch, hinter euch. Hinter euch, dritter, kommts. Ja, mach ich ja. Ja. Das lässt mich aber nicht. Erstmal den Launcher hier wegballern. Ah. Uff. Dann hilft aber jemand sehr hastig hier. Grenades. Kramaten, 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 Kramaten. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Oh. Oh, ich sehe nichts. Leute, lasst die Kramaten weg. Ich sehe nichts mehr. Ich habe doch einen Kramaten. Kai. Es, es ist bei mir. Nee, dahinten. Hallo. Nimmst du das jetzt mal? Habe ich. Meine Güte. Komm her. Hä? Lass mich hin. Oh, Mann. Uff. Lebt noch irgendjemand? Nee. Nee. Lpc. Oh. Ach, er starb. Ja. Oh, dieser Lpc. Sterb. Okay. Der wollte uns helfen. Aber das war, äh, ich hab auch meine Medikids weg. Komm, wir können auch Freunde sein. Ich glaub, das war ich. Er hat jetzt deine Nummer. Ja, ganz genau. DNA. Ja, ich glaub, der hat meine ganze DNA, hat der. Die DNA, ja. Ich glaub, den ganzen DNA-Strang, so wie es aussieht. Die ganze DNA-Strang. Ui, ich hab auch meine Medikids weg, das war zweimal extrem knapp. Das sind nur zwei Stück. Zwei Medikids. Aber mit was für einer perversen Lust, der uns immer auseinander nimmt. Ich find das nicht mehr schön. Wie, wie, perverse Lust? Ich find das hier ein bisschen beklemmend. Wie find das denn? Ja. Ja, so als ob gleich ein Michael oder ein Ghost festkommt, die Arten. Da, 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 da. Wo? Was kann ich denn jetzt nicht markieren, hier? Oh, ich bin auf dem Baum drin. Ich bin weg. Da, er kommt. Ja. Ah, durch. Er kommt! Ah, wie fies! Was ist das denn hier? Bin wir oben? Nein! Ich hab dir grad nen Arsch gerät. Aber nicht nur mal! Der ist hier! Der ist da! Da, 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 da! Hinter den! Hier! Ja! Ja! Nein! Kommen die KI noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn drückt? Nein! Ich liege! Stimmt! Aufheben, bitte! Ja, ich hab hier die KIs! Machst du die kaputt! Oh, ich brauch'n bisschen Unterstützung! Komm, mach! Ich geh mal drunter! Habt ihr noch Heilung? Keine! Damit du bei den Kindern nicht zuschauen kannst! Dann könnte ich sagen, wo er ist! Ja, hier hinter uns! Da! Mistig, Liga! Scheiße! Helft mir, wollte ich mal sagen! Weiße, deswegen hat der zu uns gesagt, wir sollen uns immer direkt heilen! Damit er unsere... Ja! Darum kann ich nicht mal die Waffe wechseln! Nein! Keine Chance! Oh! Ich hab grad hochgeguckt! Der merkt sicher nicht! Oh! Lass meinen Kopf in Ruhe! Der hat wohl die Minigun! Ja, aber mit einen kann ich auch nicht. Erst mal zwei, ne? Er kommt von unten! Ja! Ist markiert! Oh! Oh! Kommt weg! Oh mein Gott! Ja! Ja, das Problem ist, wenn du alleine drauf schießt, hat der dich schneller kaputt als... Alter! Ich bin komplett... ich wurde komplett wegrasiert! Ich hatte gar keine Chance! Die Minigun, die hat alles weggebummst! Ja, schön in den Kopf rein! Du bist auch tot! Ich bin komplett tot, ja! Ich konnte auch keine Bombe zünden! Ich bin komplett wegrasiert worden! Ich konnte nicht wegziehen! Ich bin, wenn du jetzt nicht weg bist!